Die Baureihe 189 gehört zu den ersten, die unter den viergängigen europäischen Stromsystemen fahren kann. Bereits seit 2003 sind die Alleskönner unterwegs. 2005 folgt die Baureihe 186. Die ersten gehen bei Angel Trains Cargo in Betrieb. Weitere Unternehmen folgen. 2008 auch die Deutsche Bahn. Als Taurus III geht die ÖBB-Reihe 1216 ins Rennen. 2010 kommt der Vektron auf die Gleise. Der neue Siemens-Alleskönner. Inzwischen in fast ganz Europa unterwegs. Auch Bombardier legt nach mit der Baureihe 188. Die Idee einer Europa-E-Lok ist nicht neu. 1965 wird E410 bei Krupp vorgestellt. Mit dem zunehmenden Ausbau der elektrisch betriebenen Strecken in Europa ergeben sich an vielen Landesgrenzen Berührungspunkte der vier Stromsysteme des Kontinents. Doch die von den Firmen Krupp und AEG entwickelte Europa-Lokomotive, deren Schlüsselübergabe man hier festlich begeht, wird alle technischen Schwierigkeiten des grenzüberschreitenden Verkehrs meistern. Die Neuschöpfung der Baureihe E410 entwickelt eine Leistung von 4.300 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 kmh. Ihr hochtechnisches Innenleben macht es möglich, unter allen Stromsystemen des Kontinents zu fahren. Wie zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz, deren Netze mit Wechselstrom 16 zweidrittel Hertz und 15.000 Volt gespeist werden. Oder den Ländern Italien, Polen, Belgien und Holland, die den elektrischen Zugbetrieb mit Gleichstrom der Spannung 3000 bzw. 1500 Volt betreiben. Leider hat die spätere Baureihe 184 nicht so funktioniert wie geplant. 1979 wird der Gleichstromteil stillgelegt. 2002 enden die Einsätze. 184.003 steht heute im DB-Museum in Koblenz. Erst knapp 40 Jahre später gibt es in Deutschland mit der Baureihe 189 eine funktionsfähige Viersystem-Lok. Die Feuertaufe gibt es im Frühjahr 2006. 189er dürfen bis ins tschechische Detschin unter 3000 Volt Gleichstrom fahren. Die 001 ist auf dem Rückweg nach Deutschland. Lokführer Jan Schneider erklärt, wie der Stromwechsel funktioniert. Ich schalte die Zugkraft ab, schalte den Lokativhaltschalter aus und senke den Stromabnehmer. Wenn der blaue Balken hier verschwunden ist, ist der Stromabnehmer unten. Jetzt kann ich hier die Netzauswahl treffen. Vorhin hatte ich, wie gesagt, vier Möglichkeiten, jetzt habe ich bloß noch drei Möglichkeiten. Und da wähle ich mir aus die Deutsche Bahn. Wechselstrom 15.000 Volt. Abgebügelt wird die Stromgrenze zwischen Tschechien und Deutschland durchfahren. Hier darf man wieder heben und haben nur den 15.000 Volt Wechselstrom. Hier gibt es eine Aufrüstautomatik. Ich muss mich den Stromabnehmer heben und dann den Hauptschalter einschalten. Ich kann sofort das Hauptschalter einschalten, auswählen. Und jetzt arbeitet die Elektronik und wird einige Sekunden brauchen. Die Hügel ist wieder oben. Erst 2011 wird die Baureihe für das gesamte tschechische Netz zugelassen. Zugtreffen vor Königstein. Ein tschechischer Railjet ist auf dem Weg von Berlin nach Prag. Geschoben von einer ÖBB Railjet 216. Für den Betrieb auf der Betorroute in die Niederlanden werden ab 2007 über 50 Maschinen mit dem europäischen Zugsystem ETCS ausgerüstet. In den Niederlanden wird mit 1500 Volt Gleichstrom gefahren. Als Kennzeichnung für die ETCS-Ausrüstung tragen die E-Loks einen weißen Latz. Auch das niederländische Sicherungssystem ist in diesen Loks eingebaut. Auch in Polen ist die Baureihe 189 zugelassen. Durchfahrt im heute polnischen Czepin unter 3000 Volt Gleichstrom. Auch die polnische Bahngesellschaft PKP hat einige ES-64F4, so die interne Siemens-Bezeichnung, angeschafft. Als EU-45 sind sie in vielen europäischen Ländern unterwegs. Unter dem Motto Link by Rail bieten polnische und niederländische Logistikunternehmen eine ständige Verbindung zwischen den Ländern an. Auf dem Weg sind die 189er unter drei verschiedenen Stromsystemen unterwegs. In Deutschland fahren sie unter Wechselstrom 15 kV mit 16,7 Hertz. Unter KIPS